Und noch einmal Rezept für diejenigen, die Deutsch sprechen. Die glutenfreie Baguette. Ich habe hier alles ausgelegt, was so schnell zu zeigen wäre. Das ist die Form, in der gebacken wird. Aus drei Teilen besteht sie, die ich mit Backpapier auslege. Das ist der Teig und das ist seine Konsistenz. Das sind schon die fertigen Baguettes. Die sehen so dick oder so dünn aus. Diese Portion Teig teile ich in drei Teile. Ich backe 35 Minuten bei der Temperatur 195 Grad auf dem oberen Regal im vorgeheizten Ofen. Und um was hier geht, um die neue, verbesserte von mir Rezeptur, die fast asketisch ist. Dafür brauche ich Mehl glutenfrei, Maisreis, eventuell ein bisschen Hafermehl. Ich nehme von Baukopf. Das hängt davon ab, was man so alles erreichen kann. Dazu zwei Teelöffel, zwei volle Teelöffel Salz. Dazu ein Tee bis ein Esslöffel Apfelsüße. Dazu ein Päckchen Backpulver mit Maisstärke, mit Rheinweinstein und mit Natron. Dazu Öl, ein paar Löffel für Elastizität und 800 bis 850 Milliliter Wasser. 35 Minuten, 195 Grad. Ich habe allen gezeigt, was vielleicht noch zu wiederholen ist, ist die Konsistenz. So sieht es aus. Ich mache es ganz dünn, damit es gut goldig durch ist. So ist es im Großen. Das ist der Rest für die dritte Portion. Aus 800 Gramm mache ich drei solche Bleche. Das war es. Nichts vergessen. Guten Appetit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.